Sie haben sich etwas Schönes gegönnt. Ein neues Fahrrad oder den langersehnten Urlaub. Nun steht das Überweisen der Rechnungen an. Bisher mussten Sie die Zahlungsdaten aufwendig und sorgfältig per Hand übertragen. Kleine Fehler oder Zahlendreher passieren da schnell. Jetzt wird das Überweisen der Rechnungen ganz einfach. Mit Girocode. Mit Girocode bezahlen Sie Ihre Rechnungen mithilfe Ihres Smartphones. Bequem und fehlerfrei. Der Girocode sieht aus wie ein klassischer QR-Code. Er enthält alle Zahlungsdaten und wird künftig auf Rechnungen zu finden sein. Mit dem QR-Reader Ihrer Banking-App scannen Sie den Girocode auf Ihrer Rechnung ein. Alle hinterlegten Daten werden automatisch auf Ihr Smartphone übertragen. Anschließend geben Sie wie gewohnt die Überweisung mit einer Tann frei. Fertig. Mit Girocode erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte schnell und sicher. Und die gewonnene Zeit können Sie für die schönen Dinge des Lebens nutzen.